Tag 42 im Lockdown Camp. Heute ist der 18.12.2020, Freitag. Wir sind jetzt sechs Wochen und einen Tag hier und heute werden wir ja mal unsere Sachen packen und wegfahren. Wir werden erst in den Süden fahren und dann Richtung Petalidi. Dort erwarten wir natürlich auch unser Paket, das ist ein Weihnachts-Geburtstagspaket und noch sonstiges, was wir bestellt haben. Da steht es aktuell an. Wir haben heute noch mal eine Besichtigung unseres Platzes gemacht, wo wir in den letzten sechs Wochen waren und mal geschaut, wie das hier alles ausschaut. Es ist extrem leer geworden. Es ist fast keiner mehr da gegenüber dem Anfang, wo wir hier gestartet haben vor sechs Wochen. Ja, das ist der erste oder das Ende zumindest von diesem Abschnitt von Elia Beach vorerst. Kann natürlich sein, dass wir nochmal hierher zurückkommen. Wochenende Musik Jebine Musik Wir fly away to the skies, shining bright like a sunshine, dreaming high like the stars, dannse-it-drew without flying. And every day with such a meaning Every cloud has silver lining As long as you are still breathing Don't waste your time, keep fighting And even if you drift and fall Look down and still stand low Don't leave your sight and keep on crying Don't look back, stay dreaming Don't look back, stay dreaming Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.